hallo ihr lieben ich habe in der community festgestellt dass es eine frage gibt zum thema emotionale abhängigkeit also was machen wir wenn eine partnerin sich emotional abhängig von ihrem mann füllt ich will euch das erklären anhand einer geschichte dies natürlich so nie passiert aber gleichzeitig ist es ein ganz konkreter fall den ich in ähnlicher weise immer wieder erlebe nennen wir die frau gordula und nennen wir den mann olaf also die cordula ist eine frau die hat sich so schwerpunktmäßig darauf konzentriert für die kinder da zu sein sie hat zwar auch einen beruf aber der erfüllt sie nicht sonderlich sie möchte den eigentlich eher loswerden wenn ich sogar kündigen da sie unter depressionen leidet und es ihr gar nicht gut geht gordula wünscht sich dass der olaf speziell an den wochenenden mehr zeit für die familie hat aber der olaf ist ziemlich involviert in seinen eigenen beruf und wenn er dann nach hause kommt zum beispiel am freitag mittag nachmittag kommt er früher nach hause dann denkt olaf die ganze zeit nur darüber nach er möchte eigentlich mit seinen freunden zusammenkommen und die cordula macht ihm bis bittere vorwürfe dass sie doch mal was mit der familie machen könnten und jetzt ist es so eskaliert dass der olaf jetzt beschließt auszuziehen weil ihm das zu viel ist die cordula bricht mehr oder weniger darüber zusammen und sagt sich jetzt habe ich gar nichts mehr ich bin total abhängig von meinem mann und der denkt jetzt sogar an auszug und beide sind furchtbar verzweifelt weil die cordula ihm jetzt auch nachts keine ruhe lässt und so ist auch der olaf bereit jetzt zur partherapie zu gehen und jetzt betrachten wir das ganze mal aus der sichtweise der partherapeutin das paar sitzt jetzt da auf der therapie couch und jeder so in seiner eigenen ecke und die cordula bricht mehr oder weniger permanent zusammen auch in der therapiestunde weint bitterlich und der olaf sitzt also in seiner ecke und guckt seine frau überhaupt nicht an und jetzt hat die therapeutin ihre liebe not was macht sie jetzt mit dem paar sie hat das gefühl sie muss jetzt die cordula stabilisieren und sie muss den olaf dazu ermutigen jetzt ein bisschen mehr auf seine frau einzugehen also eine gar nicht so leichte situation was machen wir jetzt in dieser situation für das paar also die cordula möchte natürlich dass der olaf bleibt und dass er sich mehr für die familie engagiert der olaf möchte gerne dass die cordula ihm freiräume lässt oder wünscht sich dass er am wochenende mit seinen kumpels weggehen kann und dass cordula ihm mehr freiheiten lässt er hat keine lust nach hause zu kommen und sich bittere vorwürfe anzuhören und die therapeutin hat natürlich ein ganz anderes ziel sie möchte herausfinden wie ist es denn dazu gekommen weil der cordula jetzt zu sagen jetzt lassen sie ihren mann doch mal in ruhe oder dem olaf zu sagen jetzt kümmern sie sich doch mal mehr um ihre frau damit werden wir dem paar ja nicht gerecht jetzt macht die therapeutin das so wie wir das normalerweise in der traumasensiblen paartherapie machen sie bittet das paar eine krisensituation zu zeichnen so in diesen sieben bildern der olaf ist bereit brummelig cordula ist sofort eifrig beschäftigt mit ihren sieben bildern also jeder mal zu sieben bilder und wo es noch einigermaßen gut war wo es das schlimmste war und wo es ja wieder ein ausklang gab und dann werden da die strichmännchen gezeichnet und die emotionen und die gedanken eingetragen und so machen die beiden das jeder für sich alleine und sie wählen eine situation wo der genau diesen freitag wo der olaf nach hause kommt und cordula ihm bittere vorwürfe macht dass er sich keine zeit nimmt für einen familienausflug am wochenende und olaf sagt ich habe überhaupt keine freiheiten ich möchte ja auch mal was mit meinen kumpels machen ich habe für die ja gar keine zeit und so streiten die bitterlich an dieser situation und der olaf verschwindet irgendwann türeknallend und geht einfach mit seinen freunden weg und die cordula weint das ganze wochenende und die kinder sind furchtbar betrübt jetzt gucken die sich das in einer bestimmten art und weise an aber das ist jetzt nicht unser thema wir wollen etwas anderes zeigen ich möchte euch was anderes zeigen möchte euch zeigen wie die therapeutin verstehen kann was dahinter steckt jetzt macht sie ein emotions skript in ähnlicher weise in einer anderen stunde wenn die in 14 tagen wiedergekommen waren die zwei und bittet sie jetzt sich an ihre kindheit zu erinnern was es denn da emotional bedeutsames gab und bittet sie wieder dass die beiden ein solchen ein solches emotions skript zeichnen sieben bilder eine schwierige situation oder emotional bedeutsame situation aus der eigenen kindheit machen beide und die cordula wählt jetzt eine situation wo sie sich sehr doll nach ihrer mama sehen sie kommt da vom kindergarten nach hause irgendjemand hat sie wohl gebracht und die mama sitzt da ganz depressiv am küchentisch hat kein mittagessen gemacht und die cordula sehnt sich nach ihrer mama und klettert jetzt auf den schoß von der mama und da beginnt die mama sie zu verprügeln weil sie das nicht haben kann sie möchte ihre ruhe haben es geht ihr schlecht genug jetzt will sie sich nicht noch um die kleine weinende cordula kümmern und dann schickt sie die cordula auf ihr zimmer so mal dass die cordula auch und die cordula weint ganz bitterlich dort ist furchtbar einsam und irgendwann kommt die mutter rein und verprügelt ihre tochter noch mal der vater kommt nach hause der ist eigentlich mit seinem beruf beschäftigt sieht die kleine tochter in ihrem zimmer das interessiert ihn nicht der will sein essen auf dem tisch haben und kommt von der arbeit nach hause und das interessiert ihn nicht was die mutter und die tochter miteinander treiben und haben jetzt gehen jetzt gehen wir wieder in die situation der therapeutin die therapeutin versucht das jetzt in einer weise darzustellen dass es den beiden ein bisschen deutlicher wird was da eigentlich passiert und das will ich euch jetzt mal zeigen wie die therapeutin das macht oder machen könnte also die therapeutin hat jetzt hier so ein brett da ist das beziehungs muster beziehungskonzept von der traumasensiblen paartherapie abgebildet hier in der mitte ihr seht das jetzt auf dem kopf ist so ein vulkan abgebildet das bedeutet dass es womöglich ein grenzpaar ist und wir sehen jetzt hier diese felder speziell auf dieser seite die cordula sehnt sich ja als kleines mädchen nach ihrer mama das heißt jetzt steht sie hier so ganz ganz traurig steht sie da auf dem auf ihrer seite und sehnt sich nach ihrer mama und die mama ist aber eine person jetzt sieht er die mutter die mutter steht da richtig angriffsbreit und verprügelt ihre kleine tochter das ist jetzt hier die traumatriade das bedeutet hier ist die dreiecks konstellation zwischen der mutter und dem kind und die mutter greift ihre ihre tochter an kann man das erkennen ja und der vater der ist so einer auch das interessiert ihn alles nicht der ist ein bisschen selbstverliebt in seinen eigenen beruf und dann sieht man hier den so stehen eigentlich müsste der hier an der ecke stehen was kann man jetzt hier im video schlecht sehen steht da so ganz selbstverliebt und interessiert sich eigentlich nur das soll eine aktentasche sein interessiert sich eigentlich nur für seine arbeit überhaupt nicht für seine frau eigentlich kann man sagen man müsste ihn so ein bisschen wegdrehen dass er eigentlich gar nicht ja das kann man ein bisschen schlecht darstellen da kann man das besser so das soll der vater sein der steht da ganz desinteressiert nur interessiert an seiner eigenen arbeit und das ist die situation der gordela wenn man das jetzt so anschaut die kleine die da so ganz traurig und verzweifelt sich zu ihrer mama hinsehnt und gar nicht hin kann und die mutter die sie am liebsten angreifen würde oder geschlagen hat die mutter hat sie ja letztendlich geschlagen und das was die cordula nachher braucht um sich zu schützen vor ihrer mutter ist dass sie jetzt so eine mauer um sich baut damit sie das überhaupt ertragen kann ja so das sieht jetzt die cordula in der therapie stunde das wird verdeutlicht das ganze ja noch mal sehr viel mehr könnt euch vorstellen was das mit der cordula macht wenn man das jetzt hier so sieht der vater völlig desinteressiert die mutter versucht jetzt hier ihre kleine tochter anzugreifen beziehungsweise sie schlägt sie sie versucht es ja nicht sie schlägt sie wirklich okay jetzt überlegen wir die situation vom olaf man kann sagen ach wie kannst du nur so gemein sein jetzt guck doch mal deine partnerin an was die da alles leiden muss ganz zusammen hat sie sich hier eingemauert in ihrem schmerz keine nähe haben zu dürfen jetzt könntest du jedoch mal welche geben also jetzt gucken wir uns die situation mal von dem olaf an der olaf wählt eine situation aus seiner kindheit ein emotionskript malt er zu einer speziellen erfahrung die er machen musste die auch öfter war aber eine ganz spezifische erinnerung darstellt er kommt nach hause oder ist zu hause er darf eigentlich nirgendwo hin die mama ist depressiv die weint den ganzen tag und er möchte sich eigentlich so ein bisschen distanzieren von seiner mutter weil er hat das gefühl er müsse sie wohl trösten er schafft es aber nicht und der vater ist in der situation auch zugegen und ist sehr verachten gegenüber seiner mama also gegenüber sein aus olafs perspektive gegenüber seiner eigenen ehefrau und die die mutter vom olaf nimmt den 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 kleinen jungen sowie ein klein teddy wäre so an sich in eine ihre brust so als müsse sie sich schützen mit dem kind vor diesem ja aggressiven unverständnisvollen mann und der der vater sagt jetzt so zu seiner ehefrau jetzt macht doch keine memma aus unserem sohn und das hört der urlaub und hat das gefühl der vater verachtet ihn er ist kein richtiger mann ist ja sowieso schon kein richtiger mann weil er dem aber gar nicht trösten kann und jetzt distanziert er sich von seiner mutter und die mutter bricht da noch mehr drüber zusammen und das ist für den olaf ganz furchtbar und er gewöhnt sich jetzt an möglichst viel rauszugehen zu seinen jungs zu seinen freunden zu seinen kumpels da ist es wenigstens einigermaßen schön auch nicht wirklich weil er ja da keine geborgenheit hat aber da hat er nicht immer die mama die weint und wenn er nach hause kommt sitzt die mama und weint bitterlich weil er sie verlassen hat und jetzt gucken wir das wieder an aus der sicht der therapeutin wie sie versucht jetzt dem olaf und auch der der cordula klar zu machen was in einer was in was für einer situation der olaf sich befindet und dann versuche ich euch das wieder so zu zeigen wie gerade jetzt haben wir das die andere situation also der olaf ist der hier der kleine der sich versucht in irgendeiner weise ganz hilflos gegen seine mutter zu wehren die mehr oder weniger ganz zusammenbricht also furchtbar depressives und sich dann natürlich auch klein vor ihrem sohn macht aber andern weint die ganze zeit weint und weint und der vater greift seine frau an also hier aber seht ihr schon die parallelen hier die angreifende mutter auf der einen seite und der angreifende vater bei olaf der greift jetzt seine frau an kann man das jetzt hier erkennen ich wirklich wieder so also der greift seine frau an und findet es ganz furchtbar eigentlich muss man sich so zueinander machen so beiden stehen jetzt hier so also er greift die seine sein er greift seine frau an und sie bricht darüber zusammen und für den olaf ist das so eine botschaft von ich kann meine mama nicht retten und gleichzeitig werde ich von meinem vater verachtet dass ich eine memme wäre aber eigentlich will ich doch gerne meiner meiner mutter helfen und sie glücklich und zufrieden machen also ihr seht es ist schon eine ganz ähnliche situation wie zu hause mit der cordula und jetzt mauert er sich da auch einen weil er das nicht verkraftet was da zu hause passiert jetzt haben wir hier die beiden die situation der beiden hier ist die situation und der kann man das sehen und der cordula die sich aus einmauert gegen den angriff der mutter und der vater ist total desinteressiert weil der interessiert sich ja nur für seinen beruf und da haben wir jetzt den olaf wo der vater ihn als memme beschimpft und die mutter die zusammenbricht fast ähnlich hinten sehen wir die ganzen anderen figuren die brauchen wir jetzt nicht aber so haben wir das dass wir viele sachen darstellen können und der vater der ihn angreift und gleichzeitig entwickelt sich jetzt in diesem spannungsfeld ein anteil in jeder person also bei der cordula entwickelt das ist jetzt die kleine und damals die muss ja ganz verborgen werden und dieser anteil den nennen wir den kritiker das innere urteil und dieser anteil sagt er du darfst keine nähe haben sonst wirst du verprügelt nähe ist gefährlich und wünscht er bloß nie wieder nähe in deinem leben und dann ist das für sie ganz schrecklich und sie hat hier so eine so ein eine pseudepersönlichkeit die immer nur in der beziehung zusammenbricht und alles ganz ganz furchtbar findet das ist ihre maske die sie ja auch dem dem mann gegenüber zeigt du bist so gemein du gehst immer mit deinen freunden weg und dann hat sie hier hinten diese nähe komplett verband und das ist das kleine mädchen von damals zu dem sie überhaupt oder das ist der teil in ihr der keinen zugang mehr haben möchte zu dieser damaligen verletzung das ist der sind die eingesperrten verbanden inneren anteile wo sie nicht mehr hinschauen kann oder möchte und gleichzeitig hat sie hier eine starke abwehr gegen dieses gefühl ich darf keine nähe haben wenn ich nähe haben wollte dann wird es ganz schrecklich und gefahrvoll für mich also auf der einen seite ist ja jedes kleine mädel das sich noch ganz dolle nach nähe sehnt und hier ist auch der anteil der sich darüber beklagt keine nähe zu bekommen und auch emotional sehr stark abhängig ist aber dieser anteil will eigentlich nichts mit all dem zu tun haben mit diesem gefühl ich darf keine nähe haben und da ist der punkt der wo man da wo man sagen kann da entwickelt sich eine ein merkwürdiges gefühl und ich bin ja so abhängig von meinem mann ich darf ja nichts eigenes leben nur also dieses gar dieses ganze konglomerat lässt jetzt das gefühl in der cordula entstehen ich darf gar nichts eigenes haben und jetzt schauen wir das mal bei dem olaf an wie sich das bei dem darstellt der hat ja auch so einen anteil der jetzt ihm sagt du bist kein richtiger mann du kannst ja die frau nicht trösten du bist eigentlich eine memme du solltest dich mal hier nicht so auf die frau einlassen aber gleichzeitig will er natürlich auch die mutter trösten und der anteil hier ist ich bin eine memme ich kann nicht gut für meine frau sorgen und der kleine hier will sich ja eigentlich distanzieren von all dem muss ja sonst hätte er das nicht überlebt und das was er dann versucht nach außen zu zeigen oder wo er versucht sich eigentlich auch vor seiner frau zu verbergen das ist die die cordula die ihm immer nur vorwürfe macht du bist ja nie zu hause kann man das ein bisschen sehen und er der versucht sich um seine frau zu kümmern und sagt ich habe aber hier keine freiheiten die freiheiten hat er ja nur deswegen gewählt weil er die mutter nicht trösten konnte die cordula kann er jetzt auch nicht trösten und weil er eigentlich eine memme ist und weil er sich angewöhnt hat aus der situation heraus zu gehen weil er damit überfordert war jetzt brauchen wir noch den jungen der zusammen da das ist das verbande innere kindliche empfinden das kann man hier schon kaum noch sehen hier sitzt er da ganz verkrümelt in seinem kindlichen anteil dass er sich eigentlich gerne abgegrenzt hätte aber nicht konnte also diese verzweiflung die will er nicht mehr spüren ich kann mich nicht um eine frau um meine mama kümmern ich bin ja gleichzeitig eine memme und ich kann es nicht und der papa hätte mich eigentlich beschützen müssen indem er sagt zu seiner frau komm her frau du bist so verzweifelt ich helfe dir mein schatz mein sohn das musst du nicht tun das ist mein job aber das wird er ja nicht der papa sagt solche sachen nicht zu ihm und jetzt entwickelt er auch da wieder einen anteil in dem er sagt damit will ich jetzt überhaupt nichts zu tun haben mit dieser ganzen schose hier ich möchte meine freiheit haben ich möchte meine freunde sehen und ihr könnt euch vielleicht vorstellen mit was für einer fassungslosigkeit die beiden jetzt davor sitzen weil die cordula zwar sagt sie möchte gerne nähe aber in ihr ist eine ganz starke kritische stimme die sagt du darfst dir keine nähe wünschen das ist gefährlich das heißt auf der einen seite fordert sie diese nähe und auf der anderen seite will sie sie gar nicht haben also ein mann der liebevoll und zugewandt ist würde ja dazu vermutlich beitragen dass das traume ans tageslicht kommt deswegen kann man ja schon froh sein oder rein theoretisch könnte sie jetzt froh sein das kann die therapeutin ihr sagen was wäre denn wenn ihr mann jetzt wirklich auf sie eingehen würde dann müssten sie ja diesen schmerz von damals noch mal spüren dass die mama sie geschlagen hat könnt euch vorstellen dass die cordula darüber zusammengebrochen ist und bitterlich geweint hat und da hat der olaf tatsächlich mal eine nähe zeigen können und spüren können und gleichzeitig hat die cordula dann das kleine verletzte mädel in ihren arm genommen und da hatte der olaf nicht mehr das gefühl dass er sie retten muss sondern dass sie ihr inneres kind selber rettet die kleine die sich so sehr nach nähe gesehnt hatte hier die kleine die hat sie dann zu sich her genommen und dann haben olafs situation noch mal angeschaut das heißt der olaf hat ja dieses gefühl gehabt ich kann die mutter nicht retten ich kann mich aber auch nicht dagegen abgrenzen dass ich es eigentlich machen müsste gleichzeitig sagt der vater zu ihm du machst eine memme aus deinem sohn das heißt der olaf hat ganz ganz starke versagensängste ich kann meine mama nicht retten ich kann meine frau nicht retten und er muss sich von dieser übergroßen verantwortung herausziehen weil sie ja zu groß war als er ein kleiner junge war und der papa hat ihn nicht geschützt hat nicht gesagt du junge das ist meine sache und jetzt kann die cordula erkennen mit was für einer unglaublichen überforderung der olaf kämpft und das können die beiden erst erkennen wenn sie sich das jetzt hier anschauen das heißt jetzt sitzen die beiden hier vor diesem bild und schauen sich das jetzt hier an das ist der krieg den sie miteinander führen und das sind die kinder deren qualen sie nicht mehr sehen wollen weil sie sich hier in ihren inneren kind anteilen dermaßen eingemauert haben und das kann man in dieser weise erst wirklich erkennen wenn man das mit den skulpturen macht auf diesem weg habe ich euch jetzt zwei sachen gezeigt vielleicht sogar drei was machen wir bei emotionaler abhängigkeit woran könnte das liegen ich habe euch gezeigt wie die therapeutin das besser verstehen kann und wir haben gesehen wie man das mit den skulpturen etwas besser erklären kann weil das paar diese abstrakten dinge nicht versteht und gleichzeitig gibt es ein diagnostisches kriterium was die therapeutin noch nutzen kann nehmen wir jetzt mal hier die mutter was hier die mutter die zusammenbricht und der kleine der versucht sich gegen diese zusammenbrechende mutter zu schützen weil er es ja nicht kann es ist ja nicht sein job die mutter ist ja die große müsste ihn schützen und er ist der kleine und das bedeutet hat eine ganz besondere bedeutung eine zusammenbrechende mutter und ein junge der das nicht lösen kann neigt dazu sich zu von der mutter zu distanzieren und die mutter zu verachten für ihre schwäche für ihre schwäche das heißt er neigt zur distanzierten verachtung und das wird sich auch eine partnerschaft auswirken und bei der cordula ist es so dass sie eine mutter hat die sie angreift und die cordula sehnt sich nach nähe das bedeutet dass die cordula sich verraten fühlt in ihrem wunsch nach nähe und das bedeutet häufig in der entwicklung des kindes ich werde verraten für meinen wunsch nach nähe und sie erlebt es tatsächlich als verrat von daher erlebt sie auch die art und weise wie olaf mit ihr umgeht als verrat an sich an ihrer person tatsächlich hat es aber mit was ganz anderem zu tun das heißt wenn wir es wenn wir das dann diagnostisch machen könnte man sagen ich habe es ja nicht so mit der diagnostik aber das ist eher so das ärgerthema ich ärgere mich über meine partnerin die mich einengt obwohl es eigentlich ein ganz anderes thema ist und bei ihr ist es das thema ich fühle mich verraten ich verachte dich für da für den verrat den du an mir begangen hast also die die cordula verachtet ihren mann für den verrat den er an ihr begangen hat obwohl er es ja gar nicht ist und das ist ihr auch nicht deutlich weil die cordula zeigt ja dieses gesicht sie zeigt ja diese furchtbare verzweiflung und sie zeigt die verachtung nicht aber eigentlich sind sie beide in der verachtung füreinander olaf verachtet sie weil sie so abhängig ist und cordula verachtet ihn dafür dass er sie eigentlich nicht trösten kann was er ja auch nicht soll weil wenn er es täte wird ihr traum hochkommen hast du ein dilemma und das müssen wir dann natürlich lösen das machen wir dann mit anderen methoden gerne an anderer stelle ich hoffe ihr habt ein bisschen verstanden wie man mit diesen skulpturen dem party dinge viel klarer machen kann okay ich freue mich auf eure rückmeldungen und auf eure standpunkte vielleicht ist es bei euch ja ganz anders vielleicht arbeitet ihr auch ganz anders mit euren eigenen klienten und so machen wir es in der traumasensiblen paartherapie und neuerdings mit diesen seelen skulpturen